Musik Herzlich willkommen zur Partie in der dritten Liga zwischen den Aktersachsen-Neustadt-Sinnetz und unserem heutigen Gast dem SV Grün-Weiß Schwerin. Wie bei uns üblich darf ich die Mannschaft der Schweriner an dieser Stelle vorstellen. Sie spielen mit der Nummer 1 Anna Pöschel. Mit der Nummer 22 Susanna Noemi Drachterbeck. Mit der Nummer 4 Stefanie Laas. Mit der Nummer 7 Julia Eng. Mit der Nummer 9 Randy Künzel. Mit der Nummer 14 Daniela Ernst. Mit der Nummer 15 Lisa Marie Menzel. Mit der Nummer 19 Kerstin Laas. Mit der 25 Vivian Erdmann. Mit der 33 Vivian Bartlau. Mit der 74 Dragitschak, Klindow. Und mit der 77 Jessica Janda. Trainer bei den Gästen ist der Sportfreund Lutz Gau. So und nun wie immer die Musik für unsere Mannschaft. Für den HC Sachsen. Mit der Nummer 19 Kerstin Laas. Was kann ich am Mann? Unschwer zu erkennen, die Mannschaft, der sagt, sie sagten, ist heiß, die ist heiß auf dieses Spiel. Und zwar sind das, mit der Nummer 12, Katastina Vigliera, mit der Nummer 23, Anne Mauern, auf dem Feld dabei, mit der Nummer 4, Martina Biele, mit der Nummer 7, Wiebke Rente, mit der Nummer 9, Nicole Eckert, mit der Nummer 11, Sophie Günther, mit der 13, Jenny Kohlera, mit der Nummer 14, Heidi Müller, Jensu, mit der Nummer 18, vollstärkt das Team heute, Maren Emre, mit der 19, Rebecker, Championanus Cousin, mit der 22, Anne Zimmermann, und mit der 89, Dominika Verdunova, Trainerin beim AC Sachsen, Daniela Philipp. beep beep WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Musik 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 Und diesmal die Nummer 25 für Schweriken, die wir gern machen. Musik 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 Das war's. 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 Das war's.